Hallo zusammen, wenn ich die Tokens schon in meinem Wallet habe, dann kann ich sie auch gleich staken. Das denke ich jedenfalls ganz oft, gerade jetzt, wo im Bullenmarkt ich eher Tokens kaufe als verkaufe. Und jedes Mal fällt mir dann auf, dass das eigentlich gar nicht so einfach ist, wie ich mir das vorstelle. Weil es gibt da so dermaßen viele Fallstricke, die auch vor allem im Bullenmarkt dabei lauern, dass ich mich ganz oft einfach dagegen entscheide. Und in diesem Video möchte ich mal darüber sprechen, warum ich aktuell kaum etwas stake und was ich aus meinen Fehlern in den letzten Bullenmärkten gelernt habe, die ich seit 2013 so erlebt habe, also in den vergangenen 10 Jahren. Also klar ist das verlockend, jetzt momentan seine Ether oder Solana zu staken. Also auf der einen Seite kann man die Extra-Rendite sowieso gut brauchen und auf der anderen Seite steigt die ja sogar noch im Wert. Also wenn man aktuell nur 3% auf Ethereum bekommt, dann werden die ja in Ether ausgezahlt. Und das heißt, die Staking-Rewards, die steigen mit im Wert und kommen dann in Euro oder Dollar gerechnet ganz schnell mal auf 20 oder 30% im Jahr. Also viel, viel mehr, als man tatsächlich auf der Bank bekommt. Und das wichtigste Argument gegen das Staking war ja immer, dass die Haltefrist dann flöten geht, weil die sich angeblich auf 10 Jahre erhöht durch das Staking. Und das hat ja das Bundesamt für Finanzen schon klargestellt, dass man seine Ether ruhig staken kann und die Haltefrist bleibt dabei auf einem Jahr. Ich meine, Haltefrist von 10 Jahren, das ist im Cryptospace sowieso völlig unrealistisch. Ich meine, wer hat denn hier schon eine Perspektive von 10 Jahren? Also es gibt ja beim Staking im Grunde zwei Varianten. Einmal, dass ich das über eine Börse mache, wie bei Kraken, oder ich mache das Ganze über Liquid Staking, wie zum Beispiel bei Lido. Und in beiden Fällen bekomme ich meine Rewards ganz automatisch einmal am Tag oder manchmal sogar auch öfter in mein Wallet übertragen. Also quasi so wie ein Airdrop oder so ähnlich. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel 100 Ether stake und das ist jetzt schon ein ziemlich hoher Betrag. Und das ist jetzt auch wirklich nur wegen der Rechnerei hier. Das ist nicht wirklich der Betrag, den ich normalerweise so stake. Aber damit das Rechnen nicht so fummelig ist, nehmen wir das einfach jetzt mal als Beispiel. Also dann bei einer APA von 4%, dann bekäme ich jeden Tag so etwa 0,011 Ether gutgeschrieben. Also entweder auf der Börse bei Kraken oder in meinem Wallet bei Lido. Und das summiert sich dann auf 4 Ether in einem Jahr, was dann ja ziemlich genau 4% sind. Das erste Problem, das ich damit habe, das ist, dass dann 365 Transaktionen zusammenkommen, die ich für die Steuer jede einzeln buchen muss. Und dafür muss ich dann jedes Mal den Tageskurs ermitteln, weil der ist ja für die Steuer relevant. Und den Tageswert der ganzen Rewards muss ich jedes Mal dann einzeln versteuern. Und weil ich meine Kryptosteuern jetzt mit Crypto Tax Calculator mache, wird das jetzt mehr oder weniger für mich automatisch erledigt. Es nervt aber schon, dass ich mir diese ganzen Transaktionen anschauen muss und auch dann sogar ab und zu mal ein bisschen überprüfen muss. Und wenn ich dann noch überlege, dass ich zum Beispiel Solana und auch ein paar andere Tokens stake, dann sind das schnell mal allein dadurch über 1000 Transaktionen nach einem Jahr. Und dann ist dann auch das Thema mit den steigenden Preisen. Und dann muss ich dann schon ziemlich gut planen, wann ich eigentlich meine Rewards verkaufe. Weil wenn ich damit dann zu lange warte, dann kann es sein, dass ich in eine ganz blöde Situation komme. Ich habe mir das mal überlegt. Also das sieht man hier ganz schön an dieser Tabelle. Da sind meine Rewards drin und ich habe das mal so vereinfacht, dass ich die Rewards monatlich bekomme und nicht täglich. In echt ist das natürlich dann noch viel komplizierter. Ich habe jetzt also hier mal angenommen, dass der Bullrun irgendwo im Sommer seinen Peak erreicht und dann alles wieder crasht und im Jahresende dann ganz unten ist. Und auch das ist tatsächlich ein Beispiel, ist keine Vorhersage von mir. Im Gegenteil, kann auch alles ganz anders kommen. Also mal angenommen, der Ether würde dabei auf über 7000 hochgehen und dann am Ende wieder bei knapp 3000 ankommen. Dann kämen da insgesamt vier Ether an Rewards zusammen. Klar, und weil ich die Rewards jeweils zum Tageskurs versteuern muss, hätte ich am Ende des Jahres eine Steuerlast von mehr als 5000 Euro zusammen. Wobei meine Rewards dann nur noch 11.000 Euro wert wären. Und durch diese Versteuerung zum Tageskurs beim Zufluss der Rewards ist das also am Peak da oben bei 7000 Dollar pro Ether sehr viel Geld. Und die Steuerlast, die bleibt ja dann egal, wo danach der Kurs steht, wenn dann alles runter geht, wie hier im September, kann ich meine Ether nur noch zu einem niedrigeren Kurs verkaufen. Die Steuern bleiben aber da oben stehen und so ergibt sich dann eine reale Steuerlast von über 50 Prozent in diesem Beispiel hier. Und das ist ja schon ein ziemlich kurzer Bullenmarkt. Wenn es also so kommt, wie viele ja jetzt glauben, dann geht der Bullenmarkt ja mindestens ein oder zwei Jahre. Und dann würde das Problem ja noch schlimmer, weil wir ja viel länger auf dem hohen Niveau blieben. Und im schlimmsten Fall kann es sogar sein, dass ich mehr Steuern zahlen muss, als meine Rewards am Ende wert sind. Und das ist mir tatsächlich im letzten Bullenmarkt dann auch passiert, wo ich am Ende Ether verkaufen musste, um meine Steuerlast zu decken und durch das Staking dann weniger Ether hatte als vorher. Und wenn ich nicht gestaked hätte, dann wäre das eigentlich überhaupt gar kein Problem gewesen. Also ist die Devise jetzt auf jeden Fall, die Rewards sofort zu verkaufen und die Steuer dann sauber zurückzulegen. Klar, aber dann, ja dann kommt das nächste Problem, nämlich die FIFO-Regel. Weil steuerlich ist das ja so, dass man die Token zuerst verkauft, die man zuerst bekommen hat. Und das wirkt sich dann also so aus. Also als Beispiel mal ganz krass vereinfacht. Nehmen wir mal die Rewards im Juli, wo der Ether auf über 7000 ist. Ich habe 150 Ether am Anfang des Jahres gekauft und davon sind jetzt noch 50 Ether in meinem Wallet. Die anderen 100 habe ich gestaked. Die sind also jetzt erstmal aus dem Sinn. Aber damals war mein Kaufpreis 2800 Euro. Und dann kommen jetzt also im Juli die Rewards. Und das sind dann circa 0,3 Ether. Und jetzt habe ich hier erstmal eine Steuerlast von circa 700 Euro. Das haben wir eben schon ausgerechnet. Die Steuern zahle ich auf jeden Fall auf die Staking-Rewards als Einnahme. Das ist schon mal klar. Jetzt verkaufe ich direkt meine Rewards und will die Steuer sauber zurücklegen, damit ich später durch die niedrigen Kurse im nächsten Bärenmarkt nicht in Probleme komme. Nur leider verkaufe ich ja gar nicht meine Rewards, sondern nach der FIFO-Regel sind die Ether in meinem Wallet zuerst dran. Und weil ich die schon Anfang des Jahres so günstig gekauft habe, mache ich also dabei durch den Verkauf einen schönen Gewinn, zumindest steuerlich gesehen. Also aus der logischen Perspektive gesehen, sind das ja eigentlich die 0,33 Ether, die ich eben als Rewards bekommen habe. Und die habe ich ja auch schon versteuert mit 700 Euro. Aber steuerlich gesehen, was ja nicht unbedingt logisch ist, aber steuerlich gesehen sind das ganz andere Ether, die ich hier verkauft habe, weil die FIFO-Regel ja besagt, dass ich erstmal das verkaufe, was ich zuerst angeschafft habe. Also wenn ich jetzt was verkaufe, dann sind die Rewards jetzt also einfach noch gar nicht dran. Ich muss erstmal die ganzen 50 Ether vom Anfang loswerden und dann sind die Rewards steuerlich erst dran. Und weil das so ist, mache ich also jetzt nochmal 1.400 Euro in etwa Gewinn aus dem Verkauf und die muss ich jetzt wieder versteuern. Und bei den 30% Steuern, die ich hier mal angesetzt habe, da sind das dann nochmal 430 Euro, die ich auf die 700 drauflegen muss, um die Steuer zu zahlen. Im Grunde muss ich also die Rewards auf diese Weise doppelt versteuern. Und das ist dann schon ziemlich viel Steuerbelastung für einen so simplen Vorgang wie das Staking von Ether. Und natürlich ist das bei Solana und bei allen anderen Coins genauso. Und übrigens beim Yield Farming auch, also immer da, wo ich passives Einkommen erziele mit Krypto. Da mag es dann den einen oder anderen Unterschied geben, aber dass es super kompliziert ist, das ist tatsächlich immer so. Also habe ich für mich beschlossen, dass ich da aktuell im Bullenmarkt erstmal keinen Bock drauf habe. Und klar gibt es da auch ein paar Tricks. Vor allem könnte man die 50 Ether auf ein anderes Wallet transferieren, weil die FIFO-Regel bezieht sich ja nur auf die Ether im selben Wallet. Und mit einem anderen Wallet könnte man das also umgehen. Nur das wird mir dann zu unübersichtlich. Und wenn ich dann noch die Haltefrist von einem Jahr ins Spiel bringe, dann wird das Ganze endgültig zum 3D-Schach. Und das gilt ja nur für Deutschland. In anderen Ländern gibt es dann eigentlich, glaube ich, gar keine Haltefrist. Und es kommt noch hinzu, dass die Staking-Einnahmen steuerlich anders behandelt werden als der Verkauf von Krypto. Das eine gilt als sonstige Einnahmen und das andere sind Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften. Und das bedeutet, dass ich beides nicht miteinander verrechnen kann. Wenn ich also beim Verkauf von Krypto Verlust mache, dann habe ich am Ende des Jahres womöglich Minus gemacht. Weil das ist halt so, wenn der Bullenmarkt vorbei ist und man einfach nicht rechtzeitig verkauft hat. Dann läuft da teilweise schon mal ein ganz schöner Verlust auf, wenn man Pech hat. Und das kann dann dazu führen, dass ich zwar eigentlich gar keine Steuern zahlen muss wegen des Verlustes, zumindest logisch gesehen, habe ich ja tatsächlich nichts verdient. Und dennoch muss ich Steuern auf das Staking zahlen, weil ich dann nichts habe, mit dem ich diese Einnahmen verrechnen kann, weil der ganze Verlust ja nur in den privaten Veräußerungsgeschäften stattfindet und nicht in den sonstigen Einnahmen. Also alles in allem habe ich für mich beschlossen, dass ich auf diese Weise jetzt nichts mehr stake, bis der Bullenmarkt vorbei ist. Und die Lösung für dieses ganze Wirrwarr, das sind tatsächlich die Liquid Staking Tokens, die Rewards nicht ausschütten, sondern nennen wir es mal Thesaurieren. Also im Klartext wäre das hier der Wrapped Staked ETH zum Beispiel oder der RETH von Rocketpool oder auch der SFRAX ETH von FRAX. Diese Tokens dienen auch dem Staking und in irgendeiner Form bekommt man da auch die Staking Rewards, aber die Rewards werden nicht ausgeschüttet, sondern die werden erst realisiert, wenn man den Token wieder verkauft. Das Prinzip ist dabei ein bisschen wie bei einem ETF oder bei einem Fonds, der Dividenden nicht ausschüttet, sondern die Gewinne thesauriert, also wieder in den Fonds einlegt. Dadurch wird der Fondsanteil, den man gekauft hat, mit Hilfe der Gewinne immer wertvoller. Also ganz einfach, wenn ich zum Beispiel hier bei Rocketpool einen ETH stake, dann bekomme ich dafür irgendeine Menge an RETH Token zurück. Diese Menge, die bleibt jetzt immer gleich, also die RETHs sind in meinem Wallet drin und die verändern sich auch nicht. Und es gibt keine Staking Rewards und die Menge an REs geht auch nicht hoch. Aber im Hintergrund wird mein einer Ether gestaked und der verdient auch Staking Rewards, die sich dann auch irgendwo ansammeln. Und nach einem Jahr kann ich meinen Ether unstaken, indem ich meine REs hier wieder einlege. Und das findet man hier, wenn man den Pfeil anklickt und das Prinzip dann umdreht. Also ich gebe meine REs zurück und dafür bekomme ich dann nicht nur meinen Ether, den ich eingelegt habe, sondern auch die ganzen Rewards obendrauf in einer einzigen Transaktion. Und natürlich geht das auch unterjährig. Ich kann das also jederzeit machen, auch vorher schon. Und dann bekomme ich natürlich nicht die Rewards für ein Jahr, sondern für ein halbes oder für ein paar Wochen, je nachdem, wann ich dann eben anstake. Man kann also sagen, dass der REs gegen den Ether immer mehr im Wert steigt, und zwar genau um die aktuelle Staking-APR. Es ist garantiert, dass der REs nach einem Jahr genau 4% wertvoller ist als der Ether, wenn die APR ein Jahr lang konstant bleiben würde. Und dieses Prinzip kann man sich steuerlich gut zu nutzen machen, indem man den REs einfach zum Beispiel hier bei LamaSwap kauft. Man spart sich also den ganzen Aufwand mit dem Staking und Unstaking und geht stattdessen hier bei LamaSwap hin, tauscht den Ether gegen den REs und nach einem Jahr swappt man das Ganze zurück. Steuerlich gesehen habe ich also nicht gestaked, sondern nur gekauft und verkauft. Dadurch sind meine Einnahmen nicht nur private Veräußerungsgeschäfte. Ich kann die also mit meinen ganzen Gewinnen und Verlusten verrechnen, sondern die Einnahmen sind auch nach einem Jahr steuerfrei wegen der Haltefrist. Das ist also steueroptimierte Staking und ich finde das auf jeden Fall viel besser, als dauernd die ganzen einzelnen Einnahmen zu buchen, einzeln zu versteuern und dann noch nicht mal eine Verrechnungsmöglichkeit zu haben mit irgendwelchen Verlusten, die in meinem Wallet auflaufen. Also, wenn euch das Thema auch betrifft, dann lohnt es sich auf jeden Fall einmal den REs anzusehen und es gibt von Lido etwas Ähnliches, den Wrapped Staked ETH und vor allem auch den S-Frax ETH, weil der hat auf jeden Fall mit die beste Staking Rendite, weil es da noch einen Ansatz gibt, der die EPY deutlich verbessert im Gegensatz zu anderen Staking Varianten. Und wenn euch das interessiert, dann empfehle ich mein Video über den Frax ETH. Das ist zwar jetzt schon auch mehr als ein Jahr alt, aber die Infos da sind tatsächlich immer noch aktuell und dasselbe Prinzip gibt es übrigens auch für Stablecoins von Mekadau mit dem S-Dye und auch dazu gibt es von mir ein Video, ich glaube, das ist vom letzten Sommer oder so. Da kann man Stablecoins mit etwa 5% Rendite anlegen und auch die sind nach einem Jahr komplett steuerfrei, also nur für den Fall, dass ihr jetzt mal Gewinne auch entnehmen wollt und die dann irgendwo hinlegen möchtet. Die beiden Videos blende ich jetzt hier mal ein. Bis bald, alles Gute, Tschüss! Bis bald, alles Gute, Tschüss!